Familie ist eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft der Liebe und der Solidarität. Sie basiert auf Vertrauen, auf Geborgenheit, selbstloser Sorge, Schutz und Gemeinsamkeit. Nach Aristoteles ist die Familie eine durch die Natur geforderte Gemeinschaft, deren Zweck die Besorgung all dessen ist, was der Mensch tagtäglich braucht. Der Mensch ist als Einzelwesen unvollkommen. Er bedarf der Ergänzung durch die Gemeinschaft. Familie lateinisch heißt Famulus der Diener oder Familia Gesamtheit der Dienerschaft. Familie ist der Ort, an dem der Mensch Liebe, Vertrauen, Geborgenheit und selbstlose Sorge erlernen kann. Es geht um Werte wie Rückhalt, Schutz, Hilfe und Unterstützung. Eine durch Netzwerken entstehende Familie kann den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Man beschützt sich gegenseitig, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig, man dient sich gegenseitig. Die Familie, die ich Ihnen auch vorstellen möchte, ist ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen. Wir sehen Menschen, die ohne Netzwerk so niemals zusammengefunden hätten, aber bereits nach wenigen Tagen echte Familie leben. Ich gebe Ihnen später Beweise dafür, dass Netzwerken kurzfristig alles erreichen kann. Die Familienmitglieder selbst könnten unterschiedliche nicht sein. Sie besteht aus Schönen und Reichen. Miss und Mr. Germanys, eine arbeitslos gewordene Hauswirtschaftlerin, zwei Krankenschwestern, eine Altenpflegerin, einem türkischstämmigen Boxweltmeister, einer Tierärztin, einer prominenten Schauspielerin, einer sehr bekannten männlichen Diva und meiner Schwägerin, die noch einige Tage zuvor die Straßenseite gewechselt hätte, wenn sie die tätowierten Bad Boys unserer Familie begegnet wäre. Wirklich herrlich. Mein Job bringt mich mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, von ihrem Alter, von ihrer Herkunft, von ihrem beruflichen Werdegang, von ihren Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchten. Ich liebe meinen Job. Er hat mich gelehrt, Vorurteile abzulegen und absolut offen zu sein. Er hat mich erkennen lassen, dass wir uns alle nach Zusammengehörigkeit, nach Familie und Geborgenheit sehen. Der Gedanke, Menschen zu öffnen, war geboren. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach der weiten, endlosen Mär. Wir alle wollen Teil von etwas sein und gerne auch teilen. Der liebe Gott meint es gut mit meiner Frau und mir. Er hat uns eine Partnerschaft gegeben, die auf Liebe, grenzenlosen Vertrauen und Respekt basiert. Er hat uns nach vielen beruflichen Ehewegen eine Nische aufgemacht, in der wir und unsere Mitarbeiter berufliche und wirtschaftliche Zufriedenheit genießen. Wir haben uns selbst gefunden und begriffen, dies wollen wir gerne weitergeben, teilen, teilen mit denen, die es zulassen, die daran und davon partizipieren wollen. Wir wollten unsere DNA weitergeben. Die DNA sind viele Informationen, die sind dort gespeichert, die uns zu dem machen, was wir sind und wie wir sind. Eigenschaften wie besondere Begabungen und Vorlieben können genetisch vorbestimmt sein. Andere Merkmale erwerben oder erkennen oder lernen wir im Laufe des Lebens. Den Eltern dieser Familie hier war es wichtig, die Vererbung des Gens der Nächstenliebe, der Warmherzigkeit, der Fürsorge und der Aufrichtigkeit weiterzugeben. Das ist alles schön gesagt, aber der Funke muss auch überspringen. Die Eier müssen befruchtet werden. Es ist nicht nur wichtig, was wir sagen, wie wir uns als Vorbild verhalten, ist meist wichtiger und lauter als unsere Sprache. Wir müssen das, was wir sagen, wir müssen das, was wir denken, auch sagen und wir müssen das, was wir sagen, auch tun und wir müssen vor allen Dingen das, was wir tun, auch sein. Das ganze Leben ist senden und empfangen. Als Familiengründer, auch eine Netzwerkfamilie, stehst du unter ständiger Beobachtung. Du bist Funkturm, du bist Sender, du bist Empfänger. Alles, was du tust, alles, was du sagst, löst bei deinen Familienmitgliedern bewusste oder unbewusste Reaktionen aus. Das ist Motivation, Resignation, Glaube, Ablehnung, Hoffnung oder Enttäuschung. Menschen können sich gegenseitig enorm beeinflussen, eine Wirkung, die ihnen oft nicht bewusst ist. Deine Erwartungshaltung beeinflusst das Verhalten anderer Menschen extrem. Man nennt dies den Pygmalion-Effekt. Das Theaterstück Pygmalion von George Bernard Shaw, die Vorlage für das Musical My Fair Lady, hat ein ähnliches Thema. Der Unterschied zwischen einem Blumenmädchen und einer Dame ist nicht ihr Benehmen, sondern wie man sie behandelt. Achte auf deine Gedanken, sie sind der Anfang deiner Taten. Der Erstgeborene, wir wollten eine Familie gründen und da war er da, unsere Diva, einer unserer Grundpfeiler bei der Gründung dieser Netzwerkfamilie. Julian hat das Gen des Netzwerks mit der Muttermilch aufgesaugt. Er hat seinen eigenen Kleinen, ist vernetzt wie keine andere und er ist Meinungsbildner. Er kann mit seiner Aura Dinge möglich machen oder er steckt sie im Keim. Er hat sechs andere Promis mitgebracht. Aus sieben haben wir dann 24 gemacht. Im ersten Schritt nahm wir einen harten Kern dieser 24 Personen, Promis, Menschen wie du und ich, und teilten das Gefühl der Gemeinsamkeit, den Pygmalion-Effekt. Es ist in der Familie normal, sich ohne Standesdünkel zu begegnen. Man geht warmheizig, freundlich miteinander um. Wir hatten Hilfe. Ein Kindermädchen, ein Nanny oder besser einen roten Bodyguard. Niemand sollte etwas passieren. Die Stimmung sollte positiv bleiben. Der Bodyguard war auch Mindguard und modifizierte unsere Erwartungshaltung. Denken Sie daran, das Blumenmädchen. Sie wurde zur Dame, weil man sie so behandelte. Am Sonntagmittag, 12.30 Uhr, roter Teppich auf der Galopprennbahn, neue Bolt. Der harte Kern von 24 trifft auf weitere 100. Alle hatten den gleichen Wissensstand. Jeder wurde informiert, was kommt, wer kommt, was abläuft. An diesem Tag explodierte er es. An die positive Aura erfasste wirklich alle. Bilder sagen mehr als tausend Worte, Sie können sie sehen. Der erst getrennt Tag, alle hatten sich hübsch gemacht. Die Damen hatten ihre Hüte aufgesetzt, die Haaren im Sonntagsanzug. Im Kopf vor Freude auf einen besonderen Tag. Leute wie du und ich sprachen mit Prominenten. Vorurteile wurden abgebaut. Sie sind alles nur normale Menschen. Meine Schwägerin, ihr erinnert euch vielleicht, die Damen, die bei tätowierten Jungs die Straßenseite wechselten. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie die Jungs im Arm hatte. Vorurteile haben bisher die schönsten Begegnungen verhindert. Was passierte danach? Beweise. Die Mädels, Mona, Erika, erstes Treffen. Mona kennt Irina. Irina kennt andere, kennt Kira. Irina hat ein Schulladen in Hamburg. Dort werden jetzt Erikas Bilder ausgestellt. Caroline macht Taschen. Jetzt natürlich in Hamburg. Kira macht auch Taschen, auch in Hamburg. Erikas Bilder jetzt in Hamburg im Schulladen. Und auch bei Kira in Essen. Claudia und die Tierärztin, die Hauswirtschafterin. Ich weiß nicht, wie der Tag ausging. Vielleicht ist sie nicht mehr arbeitslos. Die Tierärztin hat vielleicht ein Problem gelöst. Was passierte danach mit den Jungs? Florian ist Chico Gentleman des Jahres 2017. Er hat an diesem Tag sein neues Management kennengelernt. Oliver, RTL, Bachelor, ich erwähne ihn doch. Und die Bachelor-Kandidaten kamen zusammen. Sie arbeiten zusammen. Leonard kommt vielleicht auch noch dazu. Er brachte mich vor kurzem zu Guido und die Sendung Promi Shopping Queen. Das hat mir bis jetzt auch nicht geschadet. Der Box-Champion fand neue Kontakte. Manuel, den sie am 24. in dem Fernsehen neue Magenbotschafter. Randy mittlerweile vertont jetzt Erikas Videos. Was ist mit den Eltern passiert? Wir sind sehr zufrieden. Wirtschaftlich und vor allen Dingen menschlich. Randy kennt Kira am Beispiel. Kira macht neben Taschen auch Corporate Fashion seit über 20 Jahren. Sie suchte nach einem Partner für Herren. Sie hat ihn gefunden. Gemeinsame Projekte sind in definitiv vollem Gang. Morgen sehe ich sie wieder. Kira macht auch Lifestyle. Jetzt mit ihren neuen Eltern. Für Sportvereine, für Boxer, für Bad Boys. Danke Randy. Was Netzwerken alles kann? Unbeschreibliches. Die Welt wird für viele oder einige besser. Mit und durch die Familie. Bereite dich als Familienvater allerdings darauf vor. Und habe nicht die Absicht nach sofortigem Nutzen für dich. Gebe alles in der Bad nichts. Du wirst reichlich beschenkt. Wenn du die Welt ein wenig besser machen willst, gründe eine Familie. Und pass auf die Familie auf. Take care. Danke. Vielen Dank.